Hallo liebe Wii-Piloten und herzlich willkommen zu einem weiteren Review-Video. Ich war verfrüht vor euch im Kino und habe Civil War gesehen. Ein Film, der mit unfassbar viel Kontroversen auf uns zugerast ist. Und ich bin gespannt, bin gespannt, ob das einer dieser Filme ist, die noch Öl ins Feuer kippen werden. Oder was eigenes ist. Oder keine Ahnung, was ich mir darunter vorzustellen habe. Aber ich bin ich. Ich will mir Filme angucken und mir dann meine Meinung bilden. Es sei denn, ich sehe Trailer, wo ich sage, das sieht ja schon so furchtbar aus. Ich hoffe, es wird nicht furchtbar. Aber ja, was ich von dem Film halte, das verrate ich euch jetzt. Und nein, hier wird es nicht zu Spoilern kommen. Das ist aber auch kein spoilerlastiger Film. Deswegen, ja, alles was jetzt folgt, ist nur meine Meinung. Und damit wurden alle Slammer das Slam. Legen wir los. Okay, okay, okay. Ich weiß ganz genau, als so alle Listen rauskamen mit den Filmen, auf die sich Leute dieses Jahr freuen, war auch voll viel in Civil War drauf. Und ich, Civil War? Oh Gott, nee. Ich glaube nicht, dass wir das gerade brauchen. Ich glaube, dachte ich mir, weil wir leben in einer derartig sozial gespaltenen Zeit wie noch nie zuvor. Und ja, auch gerade in Amerika. Meine Güte, Leute hauen sich die Köpfe ein. Nicht nur auf Social Media, im wahren Leben. Und es ist so eine toxische Atmosphäre. Und ich bin ja der festen Überzeugung, man sollte mehr miteinander reden, selbst wenn man nicht viel gemeinsam hat. Einfach nur, um genau so etwas zu verhindern. Und mal schauen, ob man nicht irgendwie ein paar gemeinsame Anhaltspunkte findet. Bin ich zumindest der Meinung. Ich weiß nicht, ob ich damit allein dastehe. Ich will jetzt auch kein Lager vertreten oder nicht vertreten. Das ist hier nicht meine Aufgabe. Aber die Zeiten sind ein wenig gruselig. Und in den gleichen Zeiten, in denen es so eine krasse Spaltung gibt, habe ich das Gefühl, kommen immer mehr Filme raus, die diese Spaltung noch so ein bisschen vorantreiben. Ab und zu ist es der Fall, weil sie so plakativ umgehen. Und es ist ganz egal, aus welchem Lager. Beide Lager sind da schuld. Und drücken dann halt Filme raus, die so hart eine Message reinrücken. Da habe ich auch das Gefühl, macht ihr das für euch? Oder macht ihr das, um den anderen ans Bein zu pissen? Oder macht ihr das, um nur euch anzusprechen und in eurer eigenen Social-Media-Bubble zu leben? Und ist das genau das, was wir jetzt noch brauchen? Brauchen wir das jetzt noch zusätzlich zu dem Klima, das ohnehin schon scheiße ist? Und dann hieß es, Alex Garland macht den Film. Und Alex Garland ist ein interessanter Regisseur. Er hat uns Ex Machina gegeben, was für mich einer der besten Filme ist, rund ums Thema AI. Wenn ihr ihn nicht gesehen habt, ich finde ihn phänomenal. Guckt ihn euch an, er lohnt sich. Das war das erste Mal, dass ich auf ihn aufmerksam geworden bin. Und ja, Oscar Isaac. Meine Güte, ist ja eine ganz andere Performance von ihm. Und Alicia Vikander, ich glaube, das war das erste Mal, dass ich sie wahrgenommen habe. Und das ist auch eine Performance, die sie gecrushed hat. Ja, im gleichen Jahr, wo Star Wars The Force Awakens rauskam, gab es einen Film mit Donald Gleeson und Oscar Isaac, einen Sci-Fi-Film mit Robotern. Und der war so viel besser als The Force Awakens. Zweiter Film, Annihilation. Den habe ich erst nachgeholt und fand den wahnsinnig interessant. Der ist wirklich spannend. Seine Filme sind generell Slow-Burn-Filme. Das heißt, wenn er einen Genre-Film macht, sei es Sci-Fi oder Horror, sind das keine schnell, schnell, quick, quick, alle zwei Sekunden passiert was. Nein, der Plot entfaltet sich langsam und da gibt es immer auch Thriller-Aspekte drin. Und Annihilation fand ich wahnsinnig geil und zum Schluss sogar wahnsinnig verstörend. Und dann kamen Männer in die Kinos. Das war vorletztes Jahr. Okay, ich muss da wirklich Props rausgeben an Cinema Strikes Back und Alper, weil ich habe dem Film kein eigenes Review gegeben, aber er hat es perfekt zusammengefasst für mich. Deswegen dachte ich mir, ich will eh niemanden nur kopieren und ich habe das jetzt bei ihm gehört und das hat er so perfekt gesagt, dass er meinte, Man wirkt wie eine Parodie auf A24-Filme von A24. Und ich, ja, das war so ein pretenziöser Scheiß, muss ich leider sagen. Also die erste halbe Stunde war der Wahnsinn und war immer noch atmosphärisch und gut inszeniert und gut gespielt. Aber danach verliert sich der Film komplett in seinem Drang, arzi-fazi sein zu wollen und es ging mir gegen Ende einfach nur noch fett auf den Keks. Deswegen hat er es ja sogar auf meine Flop-Liste geschafft. Und der Typ, der also teilweise subtil sein kann und teilweise in your face sein kann, tackelt jetzt Civil War. So ein sehr delikates Thema. Okay, worum geht's? Wir wissen, dass ein Bürgerkrieg ausgebrochen ist in Amerika. Der wird aber aus der Sicht beleuchtet von Fotojournalisten, angeführt von Kirsten Dunst. Die wollen tatsächlich nach Washington DC und im besten Falle den Präsidenten mal kriegen, um ihn entweder zu fotografieren oder irgendein Interview oder irgendwas zu haben. Und parallel ziehen sie halt Roadmovie-mäßig durch die Vereinigten Staaten und treffen da auf unterschiedliche Fraktionen auf unterschiedliche Schlachtfelder. Und wir haben hier meiner Meinung nach, ja, ich sag's wie es ist, einen der besten Filme des Jahres. Ich bin schockiert. Und das Spannende ist, ich glaube, ich stehe hier auch teilweise mit meiner Meinung alleine da. Sehr viele Leute haben gesagt, ja, der Film zeigt einem einfach nur den Krieg und ergreift nicht wirklich Partei und stellt nicht diese Fragen, wer ist schuld, wie kam es dazu und so weiter und so fort. Ehrlich gesagt finde ich, ist das eine unfassbare Stärke des Films. Der Film probiert nie irgendwie eine Seite zu beleuchten, die dich als Zuschauer beeinflusst, sondern er dient als Warnung. Er dient als Warnung, wo wir als Gesellschaft landen könnten, wenn wir weiterhin einfach nur aufeinander einprügeln. Das heißt, wir wissen nicht mal, gab es irgendein Gesetz, das verabschiedet wurde und da, das war so der letzte Tropfen, der irgendwie das Fass zum Überlaufen gebracht wird. Es wurde auch nicht mal klar, also meiner Meinung nach wurde das nicht klar, wer soll dieser Präsident sein? Ist es ein Demokrat? Ist es ein Republikaner? Selbst die quasi Guerillas, die sich abgetrennt haben von den Staaten und gegen sie antreten, also gegen die Armee aus Washington, ja, das nennt sich die Westfront, aber da ist Texas und Kalifornien drin. Ich denke, das ist auch voll beabsichtigt. Weil wenn du Texas denkst, ja, okay, konservative. Kalifornien? Ja, ganz klar, Linke. Okay, hä? Und das finde ich spannend. Ich muss sagen, das finde ich wirklich spannend, weil ich glaube, mit dem Film kann sich irgendwie jeder auf den Schlips getreten fühlen. Gleichzeitig kann sich jeder bestätigt fühlen und irgendwie zeigt der Film einem deswegen auch so ein bisschen den Spiegel vor das Gesicht und das finde ich persönlich wesentlich spannender als, ach so, das will der Regisseur, dass ich denke und wie ich dazu stehe. Cool, dann mache ich das halt oder auch nicht. Und die Idee, das aus der Sicht von Fotojournalisten zu zeigen, macht die Nummer nochmal ein bisschen spannender, weil man sieht diesen Job und es hat mich schon fast an Filme wie Nightcrawler erinnert. Man muss ja auch irgendwie emotional abgestumpft sein, um in richtige Kriegsgebiete reinzugehen. Du bist teilweise Teil einer Schlacht, folgst dem und drückst ab mit der Kamera immer und immer wieder. Das heißt, egal was da gerade passiert und selbst wenn da Kriegsverbrechen geschehen, dann fotografierst du das Ganze einfach und weißt, du hast eventuell das geilste Foto und den Artikel dazu schreibst du auch nicht. Das machen dann irgendwelche Outlets später, weil du hast das Foto geschossen, aber dieses Foto war dir so wichtig, weil du dich so rausnimmst aus allem, aber kannst du dich komplett rausnehmen, hast du nicht auch eine moralische Verantwortung und so weiter und so fort und diese Idee finde ich spannend. Und selbst das wird im Film adressiert, weil es gibt eine Szene, wo die in eine Stadt reinkommen, wo Leute sind, wo man das Gefühl hat, okay, ihr seid gar nicht Teil des Konflikts, weder links noch rechts, ihr wollt damit nichts zu tun haben. Und dann stellt der Film auch so ein bisschen die Frage, aber ist das auch die richtige Haltung? Was ist die richtige Haltung? Was ist richtig, was ist falsch? Und ich finde Filme cool, die diese Fragen stellen, sodass man sich danach an den Tisch setzen kann und mal ordentlich ausdiskutieren kann, weil das machen wir eh alle viel zu wenig und deswegen hat mich der schon umgehauen. Aber ja, abgesehen von den Implikationen, die der Film so hat, ja, rein filmisch gesehen ist das unfassbar krass. Der ist sowas von gut gefilmt und sowas von herrlich, wie ein A24-Film nun mal sein muss. Das ist einfach zur Zeit das stärkste Studio. Ich habe auch das Gefühl, dieser Film hat ein höheres Budget als die regulären A24-Filme. Das heißt, wenn wir Schlacht-Szenarien haben, ja, die gehen echt unter die Haut. Und das Sound-Design. Das Sound-Design hat mich wirklich an sowas wie Dunkirk erinnert. Und zwar, wenn eine Waffe abgefeuert wird, geht es ins Mark. Man hat wirklich das Gefühl, oh Gott, ich bin da gerade irgendwie mittendrin und ich fühle mich unwohl. Das heißt, der Film ist gar nicht so exploitative und so unfassbar brutal, wie eventuell manche meinen, eventuell irgendwelche hoffen. Nee, das ist er nicht. Aber wie damit umgegangen wird, ist halt sowas von authentisch. Und dann gleichzeitig auf diesen Beruf einzugehen, bei dem es wirklich darum geht, ey, teilweise überleichen. Also, ich will jetzt das Foto haben. Krass, hast du dann überhaupt auch dein Steak drin in diesem Krieg? Sind dir beide Seiten eventuell sogar egal? Hauptsache, du hast das tollste Foto. Spannende Frage. Das beantwortet der Film auch nicht so wirklich. Aber ich finde es okay. Ich finde es okay, dass das ein Film ist, der mich mit mehr Gedanken zurücklässt, über die ich dann selber philosophieren kann, als dass er mir ganz klar sagt, wo er steht. Ich habe vor so etwas wesentlich mehr Respekt. Kirsten Dunst, ich hatte sie ewig nicht mehr gesehen und finde sie wirklich immer noch stark. Das ist eine ihrer besten Performances seit Ewigkeiten. Wirklich seit Ewigkeiten. Sie hat es immer noch drauf. Ansonsten, ich kannte die Namen des meisten Castes. Ich meine, der eine hat mal Pablo Escobar gespielt. Er war super. Das junge Mädel war super. Und hier, Typ aus Dune. Ich weiß, er spielt in mehr mit aus Dune. Aber er war Wahnsinn. Generell. Wir haben da diese ruhigen, charmanten Momente, weil diese kleine Gruppe wächst so ein bisschen zusammen, als wenn sie in einer Postapokalypse ist, in einem Zombiefilm in diesem Auto, wenn sie von Station zu Station fahren. Und gleichzeitig haben wir dann diesen Big Scale War, wo wir dann sehen, wo die Prioritäten wirklich liegen. Und die liegen trotzdem irgendwie beim Job. Und wie man das balanciert, diesen Job und die Emotionen, was ist mir in welchem Moment wichtiger und was für ein Beispiel bin ich für eine jüngere Generation, die gerade anfängt Fotos zu schießen, spannend. Ich fand den Film spannend und ich bin mir ziemlich sicher, dass der der Top Ten meiner Lieblingsfilme des Jahres landen wird. Ja, krass, oder? Jetzt frage ich euch, wie steht jetzt so Civil War? Habt ihr davon gehört? Und ja, schreibt mir wirklich in die Kommentare, wenn ihr ihn gesehen habt. Fandet ihr das gut, dass der so vage geblieben ist? Richtig nuanciert nach dem Motto, ihr müsst drüber nachdenken? Oder hättet ihr mehr Message gewollt vom Regisseur, vom Drehbuchteam, die sich ganz klar positionieren? Beides hat seine Rechtfertigung. Beides werden auch gute Argumente sein. Ich in dem Fall fand's hier besser, dass es genau so gehandelt wurde, wie es gehandelt wurde. Aber das ist nur meine Meinung. Schreibt mir alles in die Kommentare. Ich freu mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.